Hallihallo und herzlich willkommen bei LPG.de mit Paladin Fenris und heute nehmen wir uns ein Spiel vor, das nicht Minecraft ist. Das ist 3079 oder 3079 oder 3079 oder 4711 oder 0815, nennt es wie ihr wollt. Es heißt jedenfalls 3079, ist von Fruit und ist hier in der Version 2.18.12. Und wir befinden uns gerade im Landeanflug oder so auf einem Planeten, der von Kugeln und Singlet ist. Was ist das hier? Chrismum-Schmuck, Marzipan-Kartoffeln, keine Ahnung. Und ja, das Ganze ist wohl so eine Art Sci-Fi-Action-RPG-Shooter-Dingenskirchen, hast du nicht gesehen. Und man kann schießen, super. Ich weiß nicht, was das Rote da ist, aber es sieht nicht sehr freundlich aus. Das Aiming ist jedenfalls nochmal komplett für die Tonne. Okay, jetzt bin ich in den Sinn, halt. Cool. Ähm. Oh, ich kann nicht... Ja, gut. Tot. Danke. Oh, ja. Gut, auch eine Möglichkeit auf einen Planeten zu landen. Jetzt bin ich... Wow, pink. Ne, lila. So, das ist der Radar. Wollen wir den doch direkt mal, der Rechtsklick benutzen. Jawoll. Wir haben ein Radar. Jetzt muss ich erstmal einen Friendly Leader finden, mit einem Stern. Bin ich mal gespannt. Und... Türen auf. Oh. Okay, das ging schnell. Find a Friendly Leader wearing a star. Hallo Friendly Leader. Okay. Könnte ein Grumpy Cat sein. Was will der? Hm, where did you come from? Bla, bla. Control, restore, et cetera. Dämonen. Schwerter. Gattasideemon hat. Ah, super. Jetzt soll ich auch noch einen von diesen Viechern erledigen, den ich abgeschossen habe. Das gefällt mir. Machen wir. Confirm. Yeah, I should definitely do some work for these guys. Ich glaube, ohne Waffen könnte das ein bisschen schwieriger werden. Ich bräuche hier irgendwas Zeug her. Habe ich Geld? 1750 Credits. Ja, ich habe Geld. Das ist gut. Das ist ein Blauen Stern. Macht da was anderes. West. Kill them quickly. Hm, accept. Warum nicht? Ich bekomme Geld dafür. Ich muss mir noch Waffen besorgen. Äh, Dollar-Zachnoff von Kadar klingt nach Händler. Gehen wir mal da hin. Quest-Marker? Das ist praktisch. Ah, versteckt er denn? Waffen-Jump-Assault-Rifle. Gravity-Pack war da. Was? Ich habe da schon einen. Kann dasselbe wie der. Fast. Wining-Drill. 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 Schwert klingt gut. Nehmen wir schon mal ein Schwert. und Es ist was zum Ballern. Und der Rest geht mit dem Motor am Arsch vorbei. Okay, gut. Danke. Okay, ich springe verdammt hoch. Nichts. Also eine 3-Block-Große Mauser. Okay, das ist schnell dunkel geworden. An den Tagessrhythmus muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Das sieht alles ein bisschen karg aus, so krank und blocky und grau und stuff. Okay, ich weiß nicht was das ist, aber es sieht unfreundlich aus. Hat es mich gesehen? Jetzt hat es mich gesehen. Request Failed Detected. Das ist schlecht. Okay, das passiert, wenn man Quest Texte nicht liest. Dann baut man Scheiße. Diese Faust. Sieht ein bisschen aus wie so eine nackte Schildkröte mit blauem Afro. Never Neural Enhancer. Sind die Coordinates. Do not kill anyone. Was? Ah. Okay, ich darf keinen töten. In einem Action-Shooter-RPG irgendwas. Mich in feindliches Gebiet zu schicken, wo ich niemanden töten darf. Macht sehr viel Sinn. Mal schauen, wie lange ich überlebe. Ich darf keine Monster erledigen, dann töte ich dieses Stück Holz. Ha. Nimm das. Das ist so. Oh. 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 Okay. Locky, Thingy und Traumgleiter. Oh, welche großen Fiecher ohne Füße und ohne Beine. Und tolle Kollisionsabfragen, dass ich an den Ecken hängen bleibe. Und wer hat diese Musik verbrochen? Okay. Der da hinten ist nicht gut gelaunt. Und wenn ich Pech habe, sieht er mich jetzt gleich. Und es wurde Licht. Und er sah, dass es lila war. Und irgendeiner hat aus dem Monopoly-Spielkasten die Häuser gemobst und an die Decke geklebt. Seriously? Okay, jetzt bin ich hier und was das ist, was ist das, das ist, das ist, so habe ich das genommen. Und dann soll ich das hier hinbringen. Ah. Fetch and Deliver. Gut. Und es war dann noch heller. Und es war dann noch heller. Okay, also ich weiß nicht, in welchem Universum dieses Spiel spielt, aber ich glaube, in jedem Universum, egal in welchem dieses Spiel hier spielt, glaube ich, ist es gefährlich, sich mitten durchs Feindesgebiet zu wagen, wenn gerade geschossen wird. Bitte sei freundlich, bitte sei freundlich. Bitte schieße nicht auf mich. Ich glaube, es ist freundlich. Ich könnte Glück haben. Wow. Glück, Glück. Frohlocke und jauchze. Oh, was ist das da hinten? Oh. 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 Also einen Run-Button habe ich noch nicht gefunden. Ich habe so die Befürchtung, dass Springen wirklich die schnellste Art und Weise ist, ich wurde zu Wo-Feind. Und die Kavalerie kümmert sich drum. Gut. Ich glaube, jetzt hat euer Holz. Ich meine, so simpel das Minecraft auch ist. Aber dieser ganze Blocky-Pixel-Di-Charme hat ja doch irgendwie was. Man guckt erst mal in die Animation. Das ist... Oh. Oh, da ist noch was. Warum ist das Wort jetzt diese Devil in Gras? Warum hüpfe ich von alleine unkontinuiert auf den Ab? Äh. Ah. Okay. Das war knapp. Item delivered. Warum hat er kein... Warum hat er kein... Waaah. Das... Waaah. Weg hier. Hey. Doo Wah! Da sind drin. Ja. Da sind drin. Da sind drin. Da sind drin. Verdamm 직접 nozzle. Da sind drin. whom hat es da drin. Da sind. Da ist irgendwie... Da sind drin. Da sind drin. Da sind drin. Einmal zu viel auf der Restatur rumgedrückt und das habe ich jetzt davon. Kann ich das Ding mal treffen, bevor ich sterbe? Oh, das ist nicht gut. Typ. Ja. Okay. Gut, jetzt habe ich irgendwie ein Schwert. Den Typen bin ich auch los, das ist, was ist das? Habe ich es mir jetzt mit allen verscherzt? Ich werde nur zurück in die Siedlung. Oh, es wird wieder Nacht. Das heißt gleich macht es klatsch und es ist dunkel. Also hier mit Grafik und bla und... Warum greifen mich das Ding denn jetzt schon... Warum greifen nämlich alle an? Oder sind das jetzt die Bösen? Oh, das war knapp. Hinter diesen Mauern. Ich weiß nicht, ich habe den einen Typen aus der Seine getötet. Sind jetzt alle automatisch feindlich? Super. Einmal zu viel gedrückt und schon alles komplett für die Tonne oder wie? Okay. Ja. Toll. What? Hey. Okay. Reboot. Mal schauen. Sind jetzt wieder freundlich an, an dem ich einmal gestorben bin. Alles vergeben und vergessen und verziehen und... Oh, eine Waffe. Schwert. Damage. Damage taugt nix. Demonsmiter. Oh, schön. Taugt auch nix. Charging Saber. Ja, nein. Mit anderen Worten, ich kann das ganze Ding eigentlich nochmal komplett von neu anfangen. Great. Man macht einmal einen Fehler hier mit den freundlichen NPCs und das wars. Dann kann man die eigentlich nur noch killen und das Loot sammeln. Warum spiele ich das hier? Ja. Ne. Wissen Sie was? Das hier taugt erstmal in dieser Spielrunde nichts. Ich werde bei dem nächsten Video das Ding nochmal von neu starten und schauen, ob ich es diesmal gebacken kriege, eine Quest zu erledigen. Bevor ich scheiße baue und sich alles gegen mich wendet. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin Paladin Fenris von LPG.de. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen oder auch nicht. Und wenn ja oder nein, schreibt mir bitte einen Kommentar. Und ja, wieder lesen, sehen, sprechen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage dann, auf Wiedersehen. Die.